Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien – ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche mit Christian Wirröl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Christian Wirröl und ich bin Julia Groth. Tja, denn Horst von Butler tourt gerade mit der Familie durch Polen, weshalb ich mich sehr freue, dass Julia Groth mal wieder hier zu Gast ist. Julia, du kommst aus Köln, machst jeden Tag mit der Bahn rüber in die verbotene Stadt, also Düsseldorf, wo du dich bei der Wirtschaftswoche als stellvertretende Leiterin des Ressorts Finanzen und Immobilien um alles kümmerst, was mit Geldanlage, Vorsorge und Aktionärsrechten zu tun hat. Was sollte man sonst noch über dich wissen, wenn man dich nicht schon hier im Podcast gehört und erlebt hat, denn du bist ja heute das dritte Mal hier. Ja, ich würde sagen, ich habe ein interessantes Kind und ein langweiliges Portfolio, wobei ganz so langweilig ist es eigentlich nicht mehr. Noch einen Monat, dann habe ich Dreijähriges hier bei der Wirtschaftswoche und ich muss leider sagen, seit ich hier arbeite, geht mein Depot so ein bisschen langsam aber stetig den Bach runter. Du hast das auf Twitter ganz nett geschrieben, man sagt ja heute X, aber ich sage immer noch Twitter. Dank der ganzen Selbstversuche zum Amüsement der Leserschaft driftet mein Portfolio langsam aber stetig in Richtung Jesse Livermore zu seinen schlechteren Zeiten. Das musst du erklären. Erstens, wer ist Jesse Livermore? Und zweitens, was machst du für Selbstversuche? Also erstmal muss ich dich kurz korrigieren. Es heißt Amüsement. In Köln sagt man natürlich... Amüsement. Amüsement. Genau, das ist... So wie aus der Lameng. Genau, genau. Du lernst dazu. Ja, dahinter steckt, dass wir bei der Vivo ganz gerne mal Selbstversuche starten. Das heißt, wenn wir über Schrott schreiben, dann kaufen wir den auch mal gerne selber, damit die Leser es nicht tun müssen. Und gucken, was dann passiert. Es passiert meistens das Erwartbare. Es geht den Bach runter. Das heißt, ich habe schon so einiges in mein leider einziges und normales und richtiges Kerndepot gekauft, was da eigentlich besser nicht sein sollte. Der Vergleich mit Jesse Livermore war ein bisschen anmaßen, gebe ich zu. Der gilt als einer der begnadetsten Spekulanten aller Zeiten. Der allerdings, ich glaube man vermutet, dass er so ein bisschen bipolar war, auch bei der Geldanlage. Der hat wahnsinnige Shortwetten gefahren, hat da mal die Wall Street an den Rand des Abgrunds gebracht, hat den Baumwollmarkt gekornert. War danach aber auch immer wieder richtig, richtig pleite und hat sich dann tragischerweise in gar nicht mal so fortgeschrittenem Alter auf einer Herrentoilette eines Hotels erschossen. Das habe ich nicht vor. Ja, ganz so schlimm läuft mein Portfolio jetzt tatsächlich auch nicht, aber ich habe da schon so einige Bumsbuden reingekauft. Bumsbuden, das ist das Stichwort. Ein paar davon kennen unsere Hörerinnen und Hörer, denn als du das letzte Mal bei uns warst, haben wir gesprochen über Rohstoff-Pennystocks. Da war ein Selbstversuch mit dem erwartbaren Ergebnis, wobei ich glaube, du hattest noch keine Pleite dabei. Es waren halt nur so ein paar abgeebte Hypes. Was gab es sonst noch für Selbstversuche? Was ist gerade aktuell? Ja, also diese Rohstoff-Pennystocks, die entwickeln sich langsam, aber sicher Richtung Null. Dann habe ich noch ein paar Aktien gekauft, um auf die Hauptversammlung gehen zu können. Das waren jetzt dann natürlich auch Unternehmen, wo ich jetzt eher Probleme sehe und nicht die wahnsinnig großen Chancen. Weil auf diesen Hauptversammlungen einfach mehr los ist, wo die Unternehmen Probleme haben. Wenn alles gut ist, gibt es im besten Fall ein gutes Essen, aber dann war es das, du suchst den Trouble. Das kann man so sagen, genau. Im Moment suche ich einen todsicheren Lithium-Hotstock. Ich weiß, es ist gerade überhaupt nicht der Markt für Lithium, aber ich bin ja antizyklisch unterwegs hier. Und bin ganz zuversichtlich, dass ich da eine Aktie finde, die garantiert nicht der nächste Lithium-Hotstock wird. Aber es gibt ja so ein bisschen Bewegung jetzt wieder im Markt. Anfang des Monats hat Rio Tinto ja Arcadium Lithium gekauft mit einem dicken Aufschlag. Das ist ja schon eine Ansage. Das heißt, wenn jetzt unter den Hörerinnen und Hörern jemand einen guten Tipp hat für so einen potenziellen Lithium-Ten-Bagger, bitte schreibt an julia.groth.atvivo.de. Ich nehme sämtliche Vorschläge für irgendwelche Explorer dankbar entgegen. Albe Mal habe ich selber auf dem Schirm. Die sind ja langweilig. Laufen nicht so gut. Ja, es darf wahrscheinlich kein Unternehmen sein, was Umsätze macht oder Gewinne macht. Also es müssen wahrscheinlich große Versprechungen, große Hoffnungen dabei sein. Schon mal so ein Krümelchen gefunden, was vielleicht vorher jemand da hingelegt hat. Und was, glaube ich, bei diesen Penny-Stocks auch ganz gut ist, ist, wenn die früher eine andere Geschäftstätigkeit hatten. Also gerade so bei diesen Kanadiern hat man das ja schon mal, dass das Unternehmen sich mal mit innovativem Essen auseinandergesetzt hat. Dann war der Börsenmantel wieder leer. Dann gab es irgendwie Blockchain und jetzt ist vielleicht Rohstoffe. Kann man machen. Also, wenn ihr Tipps habt, schickt sie an julia. Wenn ihr sagt, naja, also bei Lithium kann man auch einfach so dabei sein, dann haben wir ja auch schon hier über Rio Tinto, über BHP, über die Mining-Giganten gesprochen, die ja so ein Basis-Investment für den Rohstoffmarkt darstellen, der ja an sich gesehen schon heiß und zyklisch und volatil genug ist, sodass man vielleicht gar nicht unbedingt diesen extremen Nervenschocker-Pennystock obendrauf braucht. So, wir wollen aber nicht nur über Bumsbuden reden heute, sondern vor allem über das andere Ende der börslichen Wertschöpfungskette, zum Beispiel über die Schwergewichte im DAX. Da sind wir bei SAP. Das Unternehmen sprengt inzwischen die Grenzen. Gerade nach dem Kursanstieg der letzten Woche, nach den guten Zahlen, ist es über die Kappungsgrenze im DAX hinausgegangen. Da wollen wir mal fragen, ob man denn einen Cap braucht oder ob es auch ohne gehen dürfte. Wir schauen auf Nebenwerte danach, denn auch das ist ein besonderes Thema von dir, wo wir ebenfalls nicht drumherum kommen. Auch mal ein Unternehmen, das inzwischen im Bumsbuden-Status sowieso angekommen ist, anzugucken, zumindest von dem, wie es an der Börse aussieht, nämlich Pennystock-Niveau. Lilium, Bruchpiloten inzwischen, insolvent. Wir schauen auf die Mächte hinter den Märkten. Und nein, da gibt es mehr als BlackRock, beispielsweise Indexanbieter und Ratingagenturen. Und ganz zum Schluss hast du mir noch einen Klamottentipp mitgebracht, den ich dringend nötig habe, da meine liebste Polohemdenmarke Scotch & Soda inzwischen auch Insolvenz angemeldet hat. Ja, gerade mal ein gutes halbes Jahr ist es her, dass das Gewichtungslimit für einzelne Aktien im DAX von 10 auf 15 Prozent erhöht wurde. Das klang damals ziemlich komfortabel. Die beiden großen Werte, Siemens und SAP, hatten per Ende März knapp 10 Prozent Gewicht. Also fünf Prozentpunkte Abstand zu diesem Cap. Aber während es seitdem für Siemens seitwärts ging, mit Airbus ein anderes DAX-Schwergewicht sogar 10 Prozent verloren hat, ist SAP weiter nach vorn gesprintet. Allein in den letzten sechs Monaten hat die Aktie knapp 30 Prozent zugelegt und damit die 15-Prozent-Hürde nun übersprungen. Aktuelles Gewicht 15,7 Prozent. Will heißen, wenn das bis zum nächsten Stichtag im Dezember so bleibt, dann müssten DAX-ETFs etwa so fünf Prozent ihrer SAP-Position verkaufen, damit der Cap eingehalten wird. Oder vielleicht doch nicht. Wenn nämlich der Cap doch außer Kraft gesetzt wird. Die Diskussion darüber tobt seit letzter Woche. Und du, Julia, hast dich da auch eingemischt. Du bist nämlich auch der Meinung, Cap im DAX muss nicht sein. Ich finde es einfach sehr kontraproduktiv. Also es gibt natürlich einen Grund für den Cap. Der DAX ist ziemlich klein. Trotz der Erweiterung auf 40 Werte ist er immer noch ziemlich klein. Wenige Werte. Da will man eben verhindern, dass Einzelnen zu großes Gewicht bekommen. Aber ich finde, einen strukturellen Fehler mit einem anderen strukturellen Fehler, so nenne ich es jetzt mal, ausgleichen zu wollen, das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, wenn man da schon einen Gewinner hat, warum hegt man den dann ein? Warum beschneidet man den? Warum lässt man den nicht laufen? Nur weil man Angst hat, dass es irgendwann auch mal wieder runtergehen kann. Was sich dann, muss man ja sagen, auch einfach selbst reguliert. Also dann, wenn es runtergeht bei SAP, nimmt der Börsenwert ab, nimmt der Anteil im Index ab. Mir fällt eigentlich nur ein Grund ein, warum man da aktiv eingreifen sollte, wenn man Angst hat davor, dass bei den Gewinnern irgendwas nicht stimmt. Dass man da vielleicht sich mal irgendwie so eine zweite Wirecard oder so reinholt. Das wäre dann aber ein Problem der Kontrollmechanismen. Das heißt, ja, ich bin tatsächlich dafür, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, ich habe das jetzt nicht ganz leichtfertig gefordert, abgesehen davon, dass wahrscheinlich der Impact meiner Forderung eher begrenzt bleibt. Aber ich wäre tatsächlich dafür, die Grenze abzuschaffen. Was sagst du denn dazu? Ja, also ich sehe ja zunächst mal da die deutsche Börse in einem Dilemma als Hüterin des Index. Denn auf der einen Seite ist der DAX ja etwas, was die deutsche Börsenlandschaft nachzeichnen soll, möglichst wirklichkeitsgetreu. Und wenn wir da eben über den Marktwert des handelbaren Streubesitzes sprechen, dann ist SAP eben ganz vorne dabei und dann sollte man es nicht kappen. Auf der anderen Seite ist der DAX ja eben nicht nur so etwas, womit man den Markt anschaut, sondern auch Basiswert für Finanzprodukte. Und bei Finanzprodukten schauen wir natürlich schon auf gewisse Klumpenrisiken. Und da schauen wir auch auf die Darstellbarkeit. Und schon jetzt haben wir ja das Problem, dass diese 15 Prozent, die SAP im DAX hat, ein bisschen zu groß sind, um sowas in einem aktiven Fonds abzubilden. Denn da ist eigentlich mal die klassische Grenze 10 Prozent für Einzelwerte. Bei ETFs ist die Grenze höher, da geht mehr. Insofern ist es auch hier für die Darstellung als ETF kein Problem. Aber dieser Wettbewerb mit aktiven Fondsmanagern, der ist natürlich schwieriger geworden. Also ich kann beide Seiten eigentlich ganz gut verstehen. Und letztendlich geht es halt darum, was macht man hier als Anlagestrategie? Wenn du ein Cap hast, dann ist es irgendwo ein antizyklisches Rebalancing. Du schneidest ein bisschen ab und diese Überschussperformance, die verteilst du auf allen anderen. Das ist die positive Formulierung. Man könnte es jetzt auch mit Peter Lynch ausdrücken, der ja gesagt hat, man soll nicht die Rosen abschneiden und das Unkraut wässern. Und das ist letztendlich deine Argumentation, oder? Genau, ich war da tatsächlich eher bei Peter Lynch. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased. Ich habe selber bisher nicht so gute Erfahrungen mit Rebalancing gemacht. Ich habe in den letzten paar Jahren dann immer mal wieder so MSCI World ETF und Xetra Gold und so verkauft und habe dann den Erlös antizyklisch reingebuttert in MSCI Emerging Markets. Das hat sich bisher jetzt nicht so gelohnt. Ich weiß ja nicht, ob es das noch tun wird. Da lernen wir aber jetzt was ganz Wichtiges. Auch über deine persönliche Finanzplanung, gerade auch wichtig, weil du ja von deinem Kind gesprochen hast. Es gibt also noch mehr als die Bumsbuden und die Selbstversuche. Es gibt auch noch ETFs und es gibt auch noch Gold. Selbstverständlich, das wäre ja sonst auch ein bisschen traurig, wenn ich nur so ein paar Penny Stocks im Portfolio hätte. Der Kern sind natürlich ein paar breit gestreute ETFs. Aber ja, wie gesagt, dieses Rebalancing, ich kenne die Theorie dahinter natürlich. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt. Und du sprachst ja noch die aktiven Fondsmanager an, die dann eben auch Probleme bekommen mit so einem Cap. Aber die umgehen die ja sowieso zum Teil schon mit Derivaten oder so oder irgendwelchen Tricks, mit denen sie dann eben versuchen, da ihre Gewichtung der Gewinner zu erhöhen. Da wären wir wieder bei Wirecard. Ja, da hat ja ein Fondsmanager besonders schön ins Klo gegriffen. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich sehe die Argumente für beides. Aber sollte ich mich da für eine Seite entscheiden, jetzt schmeiß doch endlich diese Kappungsgrenze da raus. Ganz rausschmeißen oder könntest du mit einem etwas höheren Cap leben? Also wir können uns ja mal so ein bisschen umschauen international. Im Kacarant in Frankreich haben wir eine Kappungsgrenze ebenfalls von 15 Prozent. Im IBEX 35 in Spanien haben wir 20 Prozent. Wäre 20 Prozent für dich was, wo du sagst, naja, das wäre jetzt eigentlich mal okay. Wenn ein einzelnes Unternehmen in einem Index für eine doch ja irgendwie recht breite Volkswirtschaft ein Fünftel hat, dann kann man mal sagen, okay, der Klumpen ist groß genug. Naja, letztlich sind solche Kappungsgrenzen dann ja auch völlig beliebig. Also ist 15 Prozent jetzt richtig, 20 Prozent richtig, ist 25 Prozent Gewicht dann irgendwie zu riskant. Und deswegen wären schon denn schon also alle Grenzen weg. Und wenn ein Unternehmen dann wirklich so viel Gewicht bekommt, dass es komplett den Index dominiert, dann ist vielleicht einfach am Index was falsch. Also wir haben ja hier zum Beispiel auch noch den CEDAX. Du sagst ja auch, der Index soll die deutsche Wirtschaft irgendwie abbilden. Da wäre natürlich der CEDAX sozusagen der ehrlichere Index. Der ist natürlich überhaupt nicht handelbar, der CEDAX. Aber zumindest den HDAX könnte man ja stärker in den Fokus rücken. Im HDAX enthalten eben die DAX-Unternehmen, dann die Unternehmen aus dem Mid-Cap-Segment, über das wir gleich auch nochmal sprechen, MDAX und eben die Tech-Unternehmen, TechDAX. Wobei es da ja bisweilen Doppelmitgliedschaften in beiden Indizes gibt. Das wäre eigentlich der bessere, der umfassendere Deutschland-Index. Ändert aber nichts daran, dass wenn wir nach Kapitalisierung gewichten, wir trotzdem immer eine gewisse Schieflage haben. Weil eben diese breit diversifizierte, teilweise sehr, sehr stark mittelständisch orientierte Struktur der deutschen Wirtschaft sich am Kurszettel überhaupt nicht widerspiegelt. Wir haben eben zu wenig börsennotierte Unternehmen. Die meisten Mittelständler, die meisten Hidden Champions sind gar nicht am Kapitalmarkt. Deswegen haben wir diese Klumpen. Und ich finde ja vor allen Dingen diese Diskussion um Cap bei 15 oder 20 Prozent bei SAP geht ein bisschen an der Realität vorbei, die nämlich insgesamt bedeutet, dass der DAX wahnsinnig klumpig ist. Ja, ich meine, wir diskutieren ständig darüber, wie riskant ist der MSCI World, wie riskant ist der S&P 500, weil da sind doch diese Big Tech Klumpen. Ja, was haben wir denn bitte im DAX? Wir haben im DAX die Situation, ein Unternehmen hat 15 Prozent und insgesamt die sechs größten Unternehmen haben 51 Prozent vom DAX. SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, Airbus und Münchner Rück. Mehr als die Hälfte des Index. Ist so ein Index für dich überhaupt noch investierbar oder sagst du nicht, naja komm, also der ist einfach aufgrund der Struktur des unterliegenden Marktes gar nicht geeignet, um da größere, signifikante Portfolioanteile reinzupacken. Das kommt natürlich wie immer auf die Marktmeinung an. Ich habe ja gerade schon gesagt, mit Klumpen an sich habe ich jetzt nicht so ein Problem. Die können sich ja durchaus lohnen, aber du sprichst das Wort Struktur an. Da finde ich nämlich eben, dass man ein strukturelles Problem des Marktes oder des Börsenstandorts eben nicht mit regulatorischen Eingriffen irgendwie versuchen sollte, in den Griff zu bekommen. Das verschlimmbessert die Lage einfach nur. Du sagtest ja schon, warum haben wir hier zu wenig börsennotierte Unternehmen und warum laufen so viele einfach total schlecht? Das sind ja die eigentlichen Punkte und nicht, ob jetzt die Allianz gerade gut läuft, das sei ihr gegönnt. Genau, wir haben zu wenig Unternehmen, die gut laufen. Wir haben insgesamt zu wenig kritische Masse auch an Börsenkapitalisierung, die tatsächlich handelbar ist. Wir haben ja auch große Unternehmen, die in den Indizes eben nicht das große Gewicht bekommen, weil weite Teile bei Ankeraktionären liegen, wie beispielsweise bei BMW, wie bei Volkswagen, wie bei Henkel, wie bei Beiersdorf. Das sind ja alles Kapitalisierungsanteile, die gar nicht in den Index hineingehen können, während wir bei einer Siemens, bei einer Allianz und eben auch bei einer SAP entsprechend mehr Streubesitz haben. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über die fundamentalen Themen gesprochen. SAP, das ist ja auch eine beeindruckende Story, die wir jetzt da sehen. Gerade wenn wir mal so zurückdenken, so vor vier Jahren, Christian Klein, damals relativ neu angetreten, damals noch Vorstandssprecher genannt, nicht Vorstandsvorsitzender. saftige Gewinnwarnung, Kurs damals vor ziemlich genau vier Jahren in einer Woche über 25 Prozent abgesackt. Dann diese schwierigen Transitionsjahre 2020, 2021. Aber seit September 2022 geht es wieder richtig bergauf. Jetzt hast du gesagt, du möchtest keinen Cap. Das heißt also, du möchtest weiter an SAP partizipieren. Siehst du die Aktie also positiv? Immer noch? Partizipieren muss ich jetzt kurz einschieben. Ich habe die selber nicht, also außer über irgendwelche ETFs vielleicht. Aber ja, ich sehe die immer noch positiv. Ich muss dazu sagen, ich hatte so ein bisschen Glück mit dieser Aktie. Vielleicht mag ich die deswegen auch. Als ich hier angefangen habe bei der Vivo, da stand direkt so ein Jahresendheft an. Da besprechen wir immer die DAX-Werte und geben einen Ausblick. Und irgendwie ist SAP bei mir gelandet. Und da habe ich mir das angeguckt und dachte, okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Und das heißt, seit ich hier bin, gucke ich mir eigentlich jedes Jahr zum Ende mal besonders SAP an und habe bisher immer noch jedes Mal eine Empfehlung dafür auch abgegeben und gesagt, da ist noch Luft nach oben. Da hatte ich jetzt auch so ein bisschen Glück mit. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Glück im Spiel. Und ich würde sagen, gut, einige Nachrichten aus dem Unternehmen, Umgang mit der Belegschaft und so, die sind natürlich jetzt nicht so schön. Ich kann also auch verstehen, wenn Leute sagen, so ein Unternehmen will ich nicht investieren, finde ich unsympathisch. Aber es läuft ja schon immer noch. Ja, die Prognosen sind jetzt wieder korrigiert worden. Allerdings diesmal nach oben. Letzte Woche zuletzt und Free Cash Flow der letzten zwölf Monate nun über sieben Milliarden Euro. Das ist ein Viertel mehr als 2023. Doppelt so viel wie im Durchschnitt der Zehnerjahre. Da hat sich also wirklich was getan. Aber Börsenwert ist eben auch 250 Milliarden Euro, also das 35-fache des Free Cash Flow. Da müssen natürlich weitere kräftige Steigerungen jetzt kommen, um das Niveau auch zu rechtfertigen. Und interessanterweise ist SAP nun bewertungstechnisch und gemessen am Free Cash Flow teurer als der Erzrivale Salesforce. An absoluten Zahlen sind sie jetzt ungefähr auf einem Niveau. Aber Salesforce wird nur mit 24-fachem Free Cash Flow gehandelt. Ja, ich finde Bewertung, das ist mal so eine Frage, die sich viele Leute stellen. Ist die Bewertung jetzt zu hoch? Ist es jetzt zu teuer? Ich finde das immer eher zweitrangig. Klar spielt es eine Rolle, aber Unternehmen, die sehr hoch bewertet sind, die sind das ja oft dann auch aus Gründen. Beziehungsweise ob sie das aus Gründen sind, muss man sich dann eben anschauen. Und das heißt ja nicht, dass sie nicht noch deutlich weiter steigen können, oder? Wie wichtig ist dir denn die Bewertung? Nein, also mir ist ja immer wichtig, warum ich mich für ein Unternehmen entschieden habe oder nicht. Ich habe SAP mal irgendwann gekauft als Dividendenwachstumswert. Ja, und genau das liefert das Unternehmen seitdem. Und die Frage ist, wenn man jetzt mit der Bewertung argumentiert, dann kann man jetzt sagen, okay, ich glaube jetzt, das ist der Bewertungspiek, das ist der Kurspeak, jetzt kann ich es verkaufen. Muss immer berücksichtigen, in dem Moment darf ich erst mal Steuern zahlen. Es wird also erst mal weniger. Und dann muss ich ja auch, wenn ich dem Unternehmen grundsätzlich mal gewogen bin, dann ja den Punkt abpassen, wo ich dann wieder reingehe. Ja, und das wäre mir persönlich zu viel Timing. Es ist für mich keine Herzensaktie, aber ich habe sie halt drin. Sie erfüllt ihren Job, die Dividende wächst. Und bei Unternehmen, wo die Dividende wächst, weil es eben erwirtschaftet wird, hat man eben auch die Situation, dass der Unternehmenswert dann entsprechend steigt. Ja, dann kannst du ja ein DAX-ETF kaufen. Da hat SAP dann ja zumindest mal den höchsten Prozentsatz. Da musst du dir keine Gedanken über das Timing machen. Genau, ich kann aber auch einfach meine SAP-Aktien, die ich so habe, liegen lassen. Und solange dieser Investment Case weiterläuft, bin ich ganz zufrieden. Klar. Jetzt haben wir aber so viel über den DAX gesprochen. Und der DAX ist ja gar nicht repräsentativ für die deutsche Wirtschaft. Denn die meisten Konzerne sind ja global aufgestellt. Nicht nur von den Umsätzen, sondern auch von der unternehmerischen Basis her. Siehe SAP, nur 16 Prozent der Umsätze und nur 25 Prozent der Mitarbeiter im Inland. Und wir hatten ja, Horst und ich, vor einigen Monaten schon wieder unsere Aktion. Wie deutsch ist der DAX, wo wir ausgerechnet haben, umsatzmäßig 22 Prozent, Mitarbeiteranteil 35 Prozent. So deutsch ist der DAX nicht wirklich. Bei den kleineren Unternehmen hingegen ist das nicht so einfach. Ach, die können nicht so einfach gerade die Produktionsbasis ins Ausland verlegen, weil es gerade am Standort Deutschland nicht so läuft. Und deswegen werden ja diese kleineren und mittleren Unternehmen, auch die Börsennotierten, gerne so als wahres Börsenspiegelbild des Standorts Deutschland angeführt. Nicht zuletzt mit Blick auf die Performance. Ja, wenn wir einfach mal auf die letzten drei Jahre gucken. Der DAX 23 Prozent im Plus. Dagegen MDAX und SDAX minus 18 Prozent, minus 22 Prozent. Also zeigen MDAX und SDAX deiner Meinung nach, wie schlecht es wirklich um Deutschland steht? Oder ist das auch ein bisschen zu populistisch? Ich würde sagen, das ist ein bisschen gemein von dir jetzt gefragt, aber eigentlich auch ziemlich korrekt. Denn ich finde, bei diesen Unternehmen sieht man eigentlich ganz gut, dass die Stimmung in diesem Land deutlich schlechter ist als die Lage. Denn wir wissen ja, an der Börse werden Erwartungen gehandelt. Und die Erwartungen an die kleineren Unternehmen, an den deutschen Mittelstand, die sind offenbar nicht sehr hoch gerade. Dabei gibt es da durchaus einige sehr starke Unternehmen. Die, du sprachst es an, schon auch international aufgestellt sind. Aber die Stimmung ist einfach so miserabel, dass die überhaupt nicht so richtig auf die Beine kommen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist? Ich meine, kann man natürlich immer schön sagen, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Wenn der Markt das nicht so sieht, dann ist das ideal für die Aktie. Aber irgendwie muss da doch mal was kommen, oder? Also spätestens, wenn sich die Konjunkturaussichten für Deutschland dann endlich mal verbessern, wenn das Zinsumfeld dann auch immer noch stimmt, wenn da nicht irgendwie wieder große Zinserhöhungen kommen. Irgendwann muss doch die vielbeschworene Nebenwerte-Rallye eigentlich mal kommen. Ja, wobei kommt sie dann wirklich im MDAX und im SDAX auf Indexbasis? Weil das ist das, was ich mich immer so frage. Wir reden über diese Indizes so, naja, das sind so die Mittelständler. Und dann gucken wir halt mal rein. Was ist denn im MDAX? Was sind denn die großen Unternehmen? Fresenius Medical Care. Eines der weltgrößten Unternehmen im Dialysebereich. LEG Immobilien, der zweitgrößte Vermieter Deutschlands. Die Deutsche Lufthansa, Delivery Hero, Unternehmen ist überhaupt nicht in Deutschland operativ tätig ist. Oder dann gucken wir in den SDAX. Ja, die Deutsche Wohnen, auch einer der großen Vermieter. Nur eben im SDAX, weil der Streubesitz so gering ist. Aus demselben Grund auch die DWS Group da drin. Denn Vielmann ist vielleicht eher jetzt so das, was wir allgemein mit einem Mittelständler bezeichnen, wenn auch sehr groß. Aber ermöglichen diese Indizes wirklich mit diesen ganzen Sondersituationen, die da noch so dranhängen, ein gezieltes Investment in die kleineren Werte? Die Frage hast du dir eigentlich gerade selbst beantwortet, würde ich sagen. Also in Grenzen, in sehr engen Grenzen. Die Indizes haben natürlich auch so ein paar strukturelle Probleme. Das eben da ein bisschen gewildert wurde im MDAX, als der DAX erweitert wurde. Dass es kaum ETFs gibt auf MDAX oder SDAX. Und das ist natürlich ein guter Teil des Momentums dann mittlerweile auch über ETF-Investoren kommt. Die in Deutschland, wenn überhaupt, dann eben eher in DAX-Produkte gehen. Denn ich würde da tatsächlich eher nicht auf Indexbasis investieren. Auch aus den Gründen, die du genannt hast. Da bekommt man nicht unbedingt das, was man eigentlich bekommen will. Nebenwerte wären dann tatsächlich eher so ein Fall für Stockpicking, für gezielte Einzelaktien-Auswahl. Das ist natürlich nicht leicht. Da kann man natürlich auch arg daneben liegen. Da kann man eine wunderbare Meinung haben zu einem Unternehmen, die toll begründen. Und dann sieht das aber leider kein anderer so. Aber das ist eben ein Dilemma. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum es da einfach nicht so richtig läuft. Das ist ein schwieriges Segment. Dieses Thema, die Nebenwerte sind günstig bewertet. Sie müssten ja jetzt bald mal kommen. Das ist ja nicht nur ein deutsches Thema, sondern das ist auch so ein europäisches Thema. Auch ein US-amerikanisches Thema, weil langfristig wissen wir, die Forschung zeigt es auch empirisch. Haben Small Caps, Aktien kleinerer Unternehmen, Überrenditen geliefert. Die resultieren immer aus diesem sogenannten Liquiditätsprämium. Ja, die akademischen Ausarbeitungen sind fein. Die Frage ist, gelten die noch? Oder haben nicht inzwischen in unserer ja immer komplexer werdenden Welt, nicht zuletzt regulatorisch, kleinere Unternehmen, strukturelle Nachteile gegenüber den Großunternehmen, die diesen ganzen regulatorischen Aufwand, die auch Investitionen in Technologie, jetzt wie beispielsweise Data Center, ganz anders stemmen können als jetzt kleine Firmen? Das würde ich schon so sehen, ja. Da gibt es einige Nachteile, die man da eben auch noch berücksichtigen muss. Da gab es zuletzt ja zum Beispiel viel Diskussion auch um so schöne Themen wie das Starruck, dieses Restrukturierungs- und Sanierungsgesetz, mit dessen Hilfe sich so die Befürchtung, Befürchtung zumindest Unternehmer, strauchelnde Firmen billig unter den Nagel reißen können, dass das jetzt bei so einer VW oder so passiert ist, nicht sehr wahrscheinlich. Bei kleineren Unternehmen könnte das durchaus noch öfter passieren. Und dann sind die Aktionäre ihre Aktien los, sind nicht mehr dabei. Solche Risiken machen jetzt den Standort und vor allem kleinere Unternehmen auch nicht unbedingt attraktiver. Deswegen würde ich von diesem reinen Bewertungsargument da eher absehen. Es ist auch eine Überschrift, von der wir uns fernhalten. Drei Aktien, die so scheiße gelaufen sind, dass sie jetzt nur noch steigen können. Das würde ich auch nicht so schreiben, die das einige Kollegen manchmal tun. Weil das gilt einfach nicht mehr so. Es gibt da so viel zu beachten, ja, ist schon eine Wissenschaft, ne? Ja, und man kann dann ja durchaus richtig liegen, dass man sagt, also da ist unternehmerische Substanz, aber man profitiert davon nicht mehr als privater Anleger, so wie im Fall Varta. Da scheint ja genügend unternehmerische operative Substanz zu sein, sonst wäre da nicht Porsche eingestiegen, sonst wäre da nicht Herr Teuner nochmal mit Geld reingegangen und sonst hätten auch die kreditgebenden Banken nicht da ihren Earn-Out nochmal bekommen. Aber alle anderen, Privatanleger, schauen eben in die Röhre. Und das ist schon so ein Menethekel für diese gesamte Small-Cap-Szenerie. Da müsste sicherlich nachgebessert werden bei diesem gut gemeinten, aber in diesen konkreten Fällen, gerade bei börsennotierten Unternehmen, dann nicht gut gemachten Ansätzen. Jetzt sind wir bei der Situation, dass Unternehmen ja nicht immer in Starrhock fallen, auch weil es vielleicht nicht der rechtliche Kreis ist. Und da in dem Zusammenhang müssen wir über eine große Pleite reden, die so seit zwei Wochen eigentlich vor allem LinkedIn beschäftigt und alle, die sich mit Start-ups beschäftigen. Der Flugtaxi-Entwickler Lilium hat Insolvenz angemeldet. Nach langem Gezerre, es ging hin und her, gibt es Staatshilfe oder gibt es keine, gibt es Bürgschaften des Bundes, des Landes Bayern, wo ja ein Produktionsstandort ist. Man hat sich auf Bundesebene dagegen entschieden. Insbesondere die Grünen haben gesagt, das ist angesichts der schwierigen Haushaltslage des Bundes nicht verantwortbar, dass man hier nochmal eine Bürgschaft von 50 Millionen Euro reinhaut. Und ja, damit war das Projekt insolvent. Wie siehst du das? Richtige Entscheidung? Oder meinst du, das ist ein dramatisch schlechtes Verdikt für den Start-up-Standort Deutschland, wie das ja einige Protagonisten der Start-up-Szene geschrieben haben? Dass die das schreiben, leuchtet ein. Ich muss sagen, ich finde es richtig, dass sie nicht da nochmal Staatshilfen und Geld bekommen. Es ist natürlich immer rückblickend leicht zu sagen, ja, das konnte man ja schon sehen. Aber bei Lilium, jetzt mal ernsthaft, da gab es ja einfach von Anfang an ziemlich große Fragezeichen, oder? Ob die Technik jemals soweit sein wird, um das überhaupt profitabel zu betreiben. Was eigentlich so der Use Case sein soll? Welche regulatorischen Fragen da noch dranhängen, wenn man Flugtaxis in die Welt schicken will? Welche Kundengruppen es da eigentlich gibt? Ob sich das skalieren lässt? So viele offene Fragen. Sehr, sehr wenig bis gar keine Ergebnisse. 1,5 Milliarden investiert, damit also quasi verbraten. Jetzt schon, ohne dass ein Produkt da ist. Ja, schön. Also da jetzt noch mehr Geld reinzubuttern, sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Argumente. Oder siehst du irgendwelche? Nein, also ich sehe auch keine. Insbesondere, wenn ich mir anschaue, dass Lilium ja nicht der einzige Bruchpilot ist unter diesen Gesellschaften, die diesen Traum vom kleinen Flugzeug realisieren wollen auf elektrischer Basis. Da gab es ja noch mehr und gibt es noch mehr, die auch vielfach hier damals als Speck dann an die Börse gegangen sind, also in eine Börsenhülle hineingeschlüpft sind in den USA. Ja, Joby Aviation, Archer Aviation, Vertical Aerospace, ja, Vertical und Lilium sind halt diejenigen, die wirklich dann 95, 98 Prozent verloren haben in den letzten drei, vier Jahren. Joby und Archer, da waren es dann nur in Anführungszeichen 50, 68 Prozent. Also übrigens auch vielleicht was für dich, so diese Evitol-Aktien alle mal im Paket zu kaufen, ob es dann doch noch etwas wird irgendwann. Ich habe Grenzen, auch ich habe Grenzen. Ach du, also dann doch lieber Rohstoffe. Da steckt wenigstens noch was dahinter, dass man irgendwie, ja gut, bei Explorant steckt vielleicht nicht unbedingt was dahinter, das man anfassen kann, aber ich finde es ein bisschen greifbarer als solche Tech-Fantasien, aber das ist auch eine Ansichtssache. Ja, also ich kann jedenfalls generell dieses Thema Staatshilfe nicht so wirklich verstehen. Ich weiß auch nicht, warum der Bund dann immer Bürgschaften geben soll, also irgendwie nur Kredite absichern und wenn es dann doch läuft, machen sich andere die Taschen voll. Wir haben ja da auch sehr kontrovers drüber diskutiert. Und die Rettung der Meierwerft ist ein ganz anderes Thema, weil wir da zumindest ein etabliertes Geschäftsmodell haben, was strukturelle Probleme hat, aber was grundsätzlich ja mal funktioniert, auch für die Region eine ganz andere Bedeutung hat. Aber hier frage ich mich also, wenn es für diese Technologie nicht das Geld am privaten Markt gibt, der ja viele Abenteuer finanziert, und warum um alles in der Welt soll dann hier der Staat einschreiten? Wobei das abschließend noch mal zu einer anderen Frage führt, nämlich mal völlig losgelöst von Lilium. Meinst du, dass es solche Venture-Projekte, die noch kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, sondern die erst mal noch forschen und entwickeln, die erst mal dahin kommen müssen, dass sie überhaupt Umsätze machen? Meinst du, dass solche Unternehmen überhaupt was an der Börse zu suchen oder verloren haben? Oder meinst du, so Venture-Capital sollte komplett auch professionellen Investoren abseits der Börse vorbehalten sein? Finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe da gar keine abschließende Meinung zu. Gerade so Frühphasen-Investoren, also aus dem privaten Bereich, wird dann ja gerne mal vorgeworfen, dass sie dann auch irgendwie den Rahmen abschöpfen und wenn es dann läuft, dann auch zu lange warten, um Unternehmen an die Börse zu bringen. Und Aktionäre kriegen dann, oder Anleger, die dann sich beteiligen können, kriegen dann irgendwie die Reste und nicht mehr das tolle Wachstum. Das ist jetzt vielleicht nicht in erster Linie eine Venture-Capital-Sache, aber so ein klassischer Vorwurf. Auf der anderen Seite kommt da natürlich viel Schrott auch. Ich finde es schwierig. Es ist wie bei allem so. Da müssen Anleger einfach selber hinschauen, selber aufpassen, nicht mit viel Geld reingehen. Aber da direkt jetzt was zu verbieten oder nicht zuzulassen, dass irgendwas an die Börse kommt, ich glaube, da gibt es andere Bereiche, wo Anlegerschutz wichtiger, noch wichtiger wäre. Und da muss man jetzt auch nicht überregulieren, nur weil man Anleger davor schützen möchte, irgendwie Verluste zu erleiden. Das liegt im Trend. Julia, du hast gerade schon erwähnt, Transparenz, Regulierung. Da sind wir bei einem anderen Thema, so bei den dunklen Mächten der Finanzindustrie. Und die kommen immer wieder zur Sprache momentan, wenn die Rede ist von Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten der Union. Es wird eigentlich immer en passant erwähnt, er sei ja mal bei Blackrock gewesen. Und das wird ihm regelmäßig vorgehalten. Die Aufsichtsratstätigkeit für die Deutschlandtochter des weltgrößten Vermögensverwalters, wo man immer sagt, naja, er ist so der Vertreter des Großkapitals. Und da hast du dich vor einigen Wochen mal ganz klar exponiert und gesagt, also es reicht jetzt eigentlich mal. Merz kann man inhaltlich sicherlich stellen, aber eben immer wieder den früheren Posten bei Blackrock vorzuhalten, das ist platt und zeugt letztendlich auch von Unkenntnis. Ja, die Reaktionen auf diesen Kommentar, die waren sehr interessant. Unter anderem hat mich ein Leser gefragt, was mir denn die CDU für diesen Kommentar versprochen habe. Vielleicht das Finanzministerium. Oh, okay. Also du sprichst dir vielleicht mit der zukünftigen CDU-Finanzministerin, wobei ich weder Parteimitglied noch Wählerin bin. Das wäre übrigens für die Regierung positiv, wenn wir mal eine Regierung hätten von Experten, die also nicht unbedingt durch Parteilisten zustande kommen. Ja, ich würde selbstverständlich die Rohstoffszene in Deutschland Lithium-Oberreihen graben stark fördern. Nein, das würde ich nicht. Ja, mir geht es sehr auf die Nerven bei diesen ständigen Verweisen auf Merz und Blackrock, dass es da im Grunde nicht darum geht, überhaupt die Lobbytätigkeit in der Politik zu kritisieren. Das sollte man natürlich tun, sondern dass da immer so mitschwingt, dass Blackrock irgendwie so eine Art dunkle Macht im Hintergrund wäre. Und es wird darauf verwiesen, dass Blackrock angeblich halb Deutschland gehöre, wenn man sich mal die Eigentümerstruktur von Unternehmen anguckt. Blackrock Großaktionär. Ja, aber mit wessen Geld denn? Also dir muss ich es nicht sagen, aber natürlich mit dem Geld von Millionen von Kleinanlegern. Die haben ja nur diese großen Anteile, weil Leute Blackrock-Fonds und iShares-ETFs kaufen. Dieses Geld müssen sie ja auch irgendwo investieren. Und dann so zu tun, als wäre da so ein US-Finanzunternehmen, das quasi Deutschland und die deutsche Politik en passant auch noch aufkauft. Das finde ich so ein bisschen unterkomplex. Natürlich, wenn Blackrock einen großen Anteil hat an einem Unternehmen, haben die natürlich auch Macht. Dann haben die Stimmrecht. Dann können die abstimmen. Aber das sollen und müssen sie ja dann eben auch im Sinne ihrer Anleger tun. Die dürfen ja nicht einfach stimmen, wie sie wollen, sondern dafür gibt es Regeln. Und das machen sie ja auch recht transparent. Dass Blackrock außerdem natürlich wie viele andere Unternehmen auch noch Lobbyarbeit betreibt. Und ich glaube knapp eine Million im Jahr oder so war es zuletzt. Laut Transparenzregister für Lobbyarbeit auf EU-Ebene ausgibt. Das ist ein anderes Thema. Aber dieses Blackrock kauft Deutschland, meine Güte. Ja, dazu kommt ja, Vermögensverwalter sind zweifelsohne ein Machtfaktor an den Märkten. Aber nun sicherlich der wohl am besten ausgeleuchtete. Nicht zuletzt, weil ja Blackrock selber auch börsennotiert ist. Das ist übrigens im Gegensatz zur Nummer zwei, zu Vanguard. Aber es ist eben nicht der einzige Machtfaktor. Und wir haben ja auch an den Märkten noch Machtfaktoren, die jetzt nicht so im Schlaglicht der Öffentlichkeit sind. Beispielsweise die Indexanbieter wie MSCI. Die können auch Milliarden bewegen, etwa wenn jetzt ein Unternehmen in einen Index neu aufgenommen wird. Ja, so wie beispielsweise bei S&P 500 die Inklusion dann von Tesla oder letztens von Palantir. Oder noch mehr, wenn ein Land vom Emerging Market zum Industrieland umgestuft wird. Und da haben wir ja ein aktuelles Beispiel. Indische Staatsanleihen, die kommen in diesen Tagen in den FTSE Russell Emerging Markets Government Bond Index neu herein. Und zwar mit einem Gewicht von gleich mal 9,35 Prozent. Im Vorjahr waren Indienanleihen schon in den JP Morgan Emerging Market Bond Index aufgenommen worden. Das hat nach Reuters Recherchen für 18 Milliarden Dollar zusätzliche Geldflüsse gesorgt. Also abgesehen davon, dass auch Privatanleger dabei jetzt mitmachen können, weil es ETFs auf indische Staatsanleihen gibt, zeigt das einfach, dass gerade mit Blick auf Anleihen und auf volkswirtschaftliche Themen bei diesen Indexanbietern riesig gemacht ist. Und die ist meiner Ansicht nach gar nicht so stark im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Da würde ich dir zustimmen. Das sind schon echte Größen am Markt, die wahnsinnig viel Geld bewegen können durch einige Entscheidungen. Aber ich glaube, es ist schwer greifbar, was diese Unternehmen eigentlich machen und wie sie es machen. Das ist nicht so leicht zu greifen. Diese Diskussion um das Gewicht von Schwellenländern gab es ja auch vor Jahren über China. Wir erinnern uns, als China in Schwellenländerindizes, meine ich, aufgenommen werden sollte oder ein höheres Gewicht bekommen sollte oder irgendwie sowas. Also es um die A-Aktien ging. Genau, die A-Aktien waren das. Riesendiskussionen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt letztlich so einen großen Einfluss hatte. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass es da gegen einen Anbieter auch so ein bisschen Vorwürfe gab, ob sie da politisch diese Entscheidung, also politisch getrieben diese Entscheidung für chinesische A-Aktien getroffen hätten. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Die kommen aber in Deutschland auch kaum an. Weil klar, das sind halt auch große Unternehmen, die in den USA sitzen. Gefühlt hat man da weniger Berührungspunkte als mit BlackRock zum Beispiel, wo man dann vielleicht mal einen Fonds oder einen ETF im Depot hat. Klar, die Basis davon ist dann eben oft irgendwie ein MSCI World Index oder sowas. Aber es ist nicht so greifbar, oder? Ja, aber auch gerade bei MSCI hast du es ja. In dem Moment, wo sich MSCI mal entschließt, Südkorea doch vom Emerging Market, der es ja immer noch ist aufgrund gewisser regulatorischer Themen im Devisenmarkt, vom Emerging Market zum Industrieland zu packen, was ja eigentlich für die siebtgrößte Exportnation der Welt die logische Einstufung wäre. Ich meine, da werden Milliarden bewegt und entsprechend umgeschichtet. Ja, das Gleiche gilt ja auch für die Credit Ratings. Ja, da sind wir dann bei Standard & Poor's oder bei Moody's. An der Schnittstelle insbesondere zwischen Investment Grade und High Yield, also Junk Bond. Wer da aufgestuft oder abgestuft wird, muss ja in Kauf nehmen, dass sich seine Gläubigerstruktur komplett ändert, weil viele Investoren ja nur Investment Grade Anleihen halten dürfen und aus High Yield, aus Junk Bonds relativ bald aussteigen dürfen. Oder ein anderes Thema auch die Stimmrechtsberater. Denn nur so die großen Vermögensverwalter leisten sich ja den Luxus, auf Hauptversammlungen bei den großen Firmen wirklich selbst abzustimmen, selbst da reinzugehen. Und meistens folgen sie den Empfehlungen dieser Proxy Advisors. Und du hast gerade gesagt, ja, das sind alles US-amerikanische Unternehmen. Ja, der Marktführer bei diesen Stimmrechtsberatern, das ist ISS, Institutional Shareholder Services. Aber der hat inzwischen eine deutsche Mutter, wurde nämlich im November 2020 mehrheitlich von der deutschen Börse übernommen. Die darüber hinaus mit Contigo, der Firma, die sich unter anderem um DAX und Stocks kümmert, eine eigene Indexplattform hat. Und überdies hat ISS 2018 schon Ökom Research übernommen, also einen Spezialisten für Nachhaltigkeitsratings. Und da sehen wir dann, naja, unter dem Dach der deutschen Börse ist eine Gruppe entstanden, die wirklich auch ein solcher Machtfaktor ist für die Märkte, die dann die deutsche Börse auf ihren Plattformen betreibt. Das wäre eigentlich das viel bessere Thema für Verschwörungstheorien, oder? Die Stimmrechtsberater, also ISS und Glass-Lewis, in den letzten Jahren war das so, dass die ziemlich häufig so Ratschläge abgegeben haben, das Unternehmen gestimmt werden soll im Sinne von irgendwelchen ISG-Vorgaben. Das haben dann nicht alle so gemacht, was dann von Aktivisten wiederum kritisiert wurde. Da hieß es hier, ihr wollt da ja nicht mal den Stimmrechtsberatern folgen. Ich glaube nicht, dass da irgendeine große Agenda hinter steckt, ehrlich gesagt. Aber es ist ein spannendes Thema, wie die Stimmrechtsberater sich positionieren, ob denen dann gefolgt wird, wenn ja, in welchem Ausmaß. Aber interessanterweise, ich habe da auch ein paar Mal drüber geschrieben, das interessiert irgendwie gar nicht. Also es wird wenig gelesen. Ich weiß nicht, ob es zu komplex ist oder zu unterkomplex, keine Ahnung. Aber es scheint Anleger kaum zu interessieren. Dabei sind das wirklich, also ISS und der Konkurrent Glass-Lewis, die großen Unternehmen, die wirklich Einfluss haben. Genau. Und die mit diesem Einfluss auch ordentlich Geld verdienen. Das darf man nicht unterschätzen. Die deutsche Börse ist ja noch quasi die günstigste Aktie von all diesen Marktfaktoren, Machtfaktoren mitten im KGV von 20. Wenn wir auf die anderen gucken, MSCI, S&P Global, Moody's oder auch Morningstar, die Fonds-Rating-Agentur, zu der ja unter anderem auch Sustainalytics gehört, auch einer der ganz wichtigen Nachhaltigkeitsranking-Anbieter. Ja, da sind wir bei 30 mal Free Cashflow oder mehr in der Bewertung. Und das zeigt, das ist auf jeden Fall ein spannendes Business. Und diese Aktien, die werde ich mir mit Horst gemeinsam nochmal in den nächsten Wochen genauer vornehmen. Aber jetzt zum Abschluss, Julia, du hast was mitgebracht. Einen Klamottentipp für mich. Genau, ich hielt es für nötig, dass du dich mal neu einkleidest. Nein, das ist ein Scherz. Du bist sehr gut gekleidet, kann ich hier sehen. Es ist übrigens ein neues Hemd von Boss. Ja, also ich muss ja ein bisschen was tun für Hugo Boss. Denen geht es ja gar nicht so gut momentan. Der Turnaround ist ein bisschen zum Stoppen gekommen. Aber ich habe gedacht, am Wochenende, ich investiere mal 99 Euro. Damit hast du bestimmt was Gutes für die Marge auch getan dort. Also du sagst schon richtig, bei Hugo Boss läuft es nicht so. Bei einigen aus der Modebranche läuft es ja nicht so. H&M dümpelt irgendwie so vor sich hin. Einige andere sind ziemlich abgestürzt, kommen jetzt wieder so ein bisschen. Wo es aber richtig gut läuft, ist Ralph Lauren. Da ist die Aktie jetzt zuletzt auf ein Allzeithoch gestiegen. Und es sieht eigentlich auch so aus, als könnte das noch weitergehen. Da läuft es richtig gut. Die wachsen zum Beispiel in China zweistellig. Seit einiger Zeit, wo ja viele andere... Wirklich, in China läuft doch angeblich alles so schlecht, was immer. Alle Unternehmen im Luxusbereich, im Modebereich, natürlich auch bei den Autos. Sprich, also bei allen zyklischen Konsumgütern heißt es immer, unser Geschäft läuft gerade mies wegen China. Ich denke mir häufig, das ist auch viel Entschuldigung dabei, oder? Ja, zumindest tragen die Chinesen offenbar gerne Polo-Shirts. Lese ich aus diesen Zahlen heraus. Und gleichzeitig hat aber China bei Ralph Lauren nicht so einen wahnsinnig großen Anteil am Umsatz. Ich glaube um die 10 Prozent, ich müsste jetzt nachschauen. Aber sie verlassen sich jetzt nicht so wahnsinnig auf den chinesischen Markt, wie das einige andere zuletzt getan haben. Gucci oder so, Kering-Tochter, ziemlich abgestürzt wegen schlechter China-Zahlen. Das ist natürlich eine Chance und ein Risiko dieser Markt. Deswegen würde ich das jetzt positiv einschätzen bei Ralph Lauren, dass es da einerseits aufwärts geht in China, sie sich da aber andererseits eben nicht komplett abhängig machen. Die Marke ist ein totaler Klassiker. Das Polo-Shirt hat sogar einen Platz im Museum of Modern Art in New York. Das ist ja auch schon eine Ansage. Ich würde jetzt keine Ralph Lauren Polo-Shirts mit dem Polo-Spieler drauf tragen, aber ich finde sie eigentlich ganz schick. Würde dir bestimmt auch gut stehen, Christian. Ja, ich muss was machen, nachdem Scotch & Soda, die Marke, von der ich bislang meine Polo-Shirts immer gekauft habe, ja, den Weg von Lilium geht. Und bei uns in der Mall of Berlin ist der Scotch & Soda-Laden schon zu und ich habe tatsächlich über Zalando noch einige Hosen von Scotch & Soda, die nämlich wirklich gut sitzen, aufgekauft und ein bisschen gekornert. Was ich bei Ralph Lauren ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, naja, die sind auf Allzeit hoch. Ja, das sind sie. Da waren sie übrigens schon mal, so 2013, 14. Und da haben wir dann auch was gesehen, was Horst und ich hier schon mal öfter thematisiert hatten, dass so ein Turnaround in der Modebranche sehr, sehr lange dauern kann. Denn dieses Tal, durch das die Aktie gelaufen ist, das waren wirklich zehn Jahre. Und die 6,6 Milliarden Umsatz, die Ralph Lauren in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, die haben wir auch schon im Jahr 2012 gesehen, ja. Und die 680 Millionen Dollar Net Income, die haben wir schon 2013 gesehen. Und da sieht man dann auch wieder, dass Börse manchmal doch eben nicht irrational, sondern verdammt rational ist. Denn der Kurs hat mit diesem langen Tal genau dieses fundamentale Tal nachvollzogen, durch das Ralph Lauren gegangen ist. Also das war auch mal irgendwie nicht so modern. Glaubst du jetzt so von der Bewertung, da ist noch Spiel drin? Jetzt sind wir wieder bei der Bewertung. Ich denke schon. Du sprichst dieses fundamentale Tal an, das sie durchschritten haben. Das hatte natürlich auch noch einen anderen Grund. 2015 hat der Unternehmensgründer Ralph Lauren eben das Unternehmen verlassen. Dann gab es erst ein bisschen Trouble mit dem nächsten Chef. Und jetzt hat seit 2017, glaube ich, ein Franzose, meine ich, das Ruder in der Hand und hat es da wieder ziemlich gedreht. In den letzten, ich glaube, vier Jahren oder so, haben sie die Preise im Schnitt um 80 Prozent angehoben. Die setzen also voll drauf, wieder exklusiver zu werden. Ich finde, das ist der richtige Weg. Ich finde, man kann ziemlich gut nachvollziehen, warum es da erst abwärts ging und warum es jetzt wieder aufwärts geht. Und von der Bewertung her, also auch bei Inditex zum Beispiel läuft es ja super. Da ist die Aktie, glaube ich, auch auf Allzeit hoch. Auf jeden Fall verdammt gestiegen. Ist jetzt nicht ganz so exklusiv. Aber wenn man das jetzt mal vergleichen will, da wäre Ralph Lauren jetzt mit einem Kursgewinnverhältnis um die 20 doch noch immer eine Ecke günstiger. Und interessant auch der Free Cash Flow. Ja, 14 Mal Free Cash Flow. Das heißt also gemessen an der für Aktionäre, auch mit Blick auf die Dividenden, die ganze Shareholder-Yield relevantesten Kennzahl. Da sieht es eigentlich noch recht entspannt aus. Und gleichzeitig stellen wir fest, wir haben eine ganze Menge Aufgaben bekommen für die nächste Woche. Horst und ich müssen wohl mal auf Inditex schauen. Wir müssen auf die Aktien der Machtfaktoren schauen. Was bringst du uns beim nächsten Mal mit? Hast du schon eine Idee? Was fehlte heute noch? Also wenn es gut läuft, bringe ich dir den Lithium-Hotstock mit, ne? Okay, ich freue mich schon jetzt wieder. Für heute sage ich danke, Julia. Schön, dass du mal wieder da warst, auch zum dritten Mal. Wir sehen, wenn wir auf die Uhr schauen, wie viel wir zu bereden hatten. Hat großen Spaß gemacht, hoffentlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls. Und nächste Woche hören wir uns wieder gemeinsam mit Horst von Butler, der uns ein bisschen aus Polen berichtet. Und natürlich gucken wir anlässlich seiner Reise auch mal auf den polnischen Aktienmarkt. Und klar, Dino Polska wird eines der Themen sein. Ansonsten kommen Sie gut durch diese Herbstwoche. Tschüss, bis nächste Woche. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.